Das Oldenburgische Staatstheater weicht vom 19. Mai bis zum 1. Juli zum alten Stadthafen an der Hunter aus. Das Haupthaus am Theaterwall wird umgebaut und saniert. Am Montag begann der Aufbau eines großen Zeltes vom Zirkus Roncalli auf dem Gelände von ehemals Rheinumschlag. Der Uferpalast bietet als Ausweichspielstätte 1000 Zuschauern Platz. Die Nachfrage nach den zusammengerechnet 40.000 Karten für die Stücke Alice im Wunderland, Alice Dreamland, Jesus Christ Superstar, Sheher Razade erzählt und die Comedian Harmonists ist riesig, freut sich Angela Weller, Referentin von Theaterintendant Christian Fiermbach. Bis heute wurden bereits 20.000 Karten für die Vorstellungen verkauft.